Da war doch neulich Wasser, kam sie das nicht mitbekommen Am Bütchen von Frau Fermer hat einer von denen was mitgenommen Doch was man nicht erzählt, sein Antrag wurde abgelehnt Man bittet sie zurückzugehen, zurückzugehen ist keine Option mehr Denn sein Kopf ist dort eine Million wert Inner, fremde Währung, aber trotzdem viel Geld Tradition, junger Mann wird zum Opfern gewählt Burbacher Beamten bezweifeln leider das Ganze zur offensichtlichen Betroffenheit Es hoffen, denn er hat offenbar noch dran geglaubt, es doch zu was zu bringen Naives Kind, was mach ich nur? Keine Sorge, du hast mal schon genug zu tun, sagten sie Anzeige wegen amtlichen Betrugsversuch, sagten sie Und taucht er unter, obwohl er nicht mal schwimmen kann Obwohl er nicht mal schwimmen kann Obwohl er nicht mal schwimmen kann Wenn ich Wasser sehe, denk ich immer dran Untergegangen, in den Wassermassen einfach in der Strömung Es ist nicht alles eine Frage der Gewöhnung, nein Untergegangen, in den Wassermassen einfach in der Strömung Es ist nicht alles eine Frage der Gewöhnung, nein Sitzter da, sieht kein Set vom Sozialamt Kein Job, keine Grund, unter alternativen Wahlkampf Generell ist die Lage angespannt Was Asyl anbelangt, wird er nie anerkannt Also, klauen den, um überhaupt zu überleben Jeden Tag draufsehen, um für Vergebung zu beten Generell ist er ein miserabler Dieb Wenn Mama mich so sehen könnte, hätte ich dich verliebt Denkt er jedes Mal, wenn ein Bissen in die Kehle kam Vor schlechtem Gewissen ihm im Hals stecken blieb Und jedes Mal steckt er sich in einer kleinen Gasse, wo ihn keiner sieht Doch dieses Mal spielt das Leben, wie es eben so spielt Und zwei besorgte Bürger sehen den Dieb Und taucht er unter, obwohl er nicht mal schwimmen kann Obwohl er nicht mal schwimmen kann Obwohl er nicht mal schwimmen kann Wenn ich Wasser sehe, denk ich immer dran Und taucht er unter, obwohl er nicht mal schwimmen kann Obwohl er nicht mal schwimmen kann Obwohl er nicht mal schwimmen kann Wenn ich Wasser sehe, denk ich immer dran Untergegangen In den Wassermassen, einfach in den In der Strömung Es ist nicht alles eine Frage der Gewöhnung Nein Da war doch neulich Wasser Kamen sie das nicht mitbekommen Am Bütchen von Frau Främer hat einer von denen was mitgenommen Und 30 Meter weiter hat er dann den Stich bekommen Er wollte einfach nur fliehen und hat's nicht hinbekommen Obwohl er nicht mal schwimmen kann Obwohl er nicht mal schwimmen kann Obwohl er nicht mal schwimmen kann Wenn ich Wasser sehe, denk ich immer dran Und er geht unter Obwohl er nicht mal schwimmen kann Obwohl er nicht mal schwimmen kann Obwohl er nicht mal schwimmen kann Wenn ich Wasser sehe, denk ich immer dran Und er geht unter Was macht das schon? Einer von einer Million Was macht das schon? Gar nichts Dankeschön